Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die französische Revolution im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die französische Revolution Die französische Revolution dauerte von 1789 bis 1799. Aufgrund der großen Unzufriedenheit großer Teile der französischen Bevölkerung kam es 1789 durch eine Revolution zum Ende der absoluten Macht des Königs Ludwig XVI. Der Monarch war ab diesem Zeitpunkt an die Vorgaben und Beschlüsse des französischen Parlaments der französischen Nationalversammlung gebunden. Frankreich war eine parlamentarische Monarchie geworden. Ein Symbol der französischen Revolution war der sogenannte Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 am 14. Juli. Die Bastille war als ein Gefängnis, Waffen, Munitionslager in Paris für viele Menschen, die mit der Herrschaft des Königs unzufrieden waren, ein Zeichen der Unterdrückung. Die von der französischen Nationalversammlung beschlossene sogenannte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Jahr 1789 war die erste Menschenrechtserklärung Europas, Teil der französischen Verfassung und wurde von der Unabhängigkeitserklärung der USA beeinflusst. Die Erklärung der Rechte der Frau Bürgerin durch Olympe de Gouges während der 1790er-Jahre, also im Jahr 1791, war ein Zeugnis des Kampfes um die weibliche Emanzipation. Neben König Ludwig XVI und seiner Frau Marie Antoinette, diese war die Tochter der österreichischen Herrscherin Maria Theresia, wurden während der französischen Revolution zehntausende Menschen mit dem oft unbeweisbaren Hinweis, sie seien gegen die Revolution, hingerichtet und Hunderttausende verhaftet. Diese Zeit der 1790er-Jahre von 1792 bis 1794 wird von Historikerinnen und Historikern als Zeit des großen Terrors bezeichnet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Zeit der napoleonischen Herrschaft und Frankreichs Versuch einer Vorherrschaft in Europa. Zwischen